und weiter geht es mit einer knusprigen folge diablo 4 und war season 1 machen wir jetzt weiter wir haben jetzt noch die beiden missionen hier die wir erledigen müssen wir müssen einmal hier hin und und rechts ja super da habe ich einen wegpunkt mir gold auch nicht schlecht aber ich würde sagen deswegen machen wir es nur zu dass es erst mal das hier eventuell sieht aktuell so aus bildpunkte aufgebaut ja er sieht soweit ganz gut aus wir haben vielleicht schnell die ulti haben den perfekten sturm oder sagen jetzt nicht groß drumherum labern und schnell einfach hier hin weil ich will wissen wie es in der story weitergeht ja das sind ja dran der oder der dann hier ist ein bisschen besser wenn ich mich irre ich habe keine ahnung aber ist jetzt kein riesenunterschied auf jeden fall haben wir gleich auf das nächste level ich kann doch vielleicht einmal den pass zeigen weil ich denke wir jetzt die beiden missionen einmal erledigen dann werden wir wahrscheinlich weiter mit der etappe hier machen die haben wir schon fast sogar er ist fast ist jetzt nicht mehr allzu viel und dann müssen wir wahrscheinlich die beiden etappen fertig haben damit sind in der story weitergeht würde ich mal vermuten ich denke nach den beiden dingern wird es dann wahrscheinlich erst mal nicht aus seiner stadt bin hundert prozent weiß auch nicht leute aber ich denke ja ich denke ja einfach mal schnell hierhin und schauen wir was uns erwartet ja davor das mal dabei leider so einen komischen stützpunkt jemand erobern sollte mit 35 an das war natürlich viel zu krass für mich da können stufe und ich muss einfach nur einsammeln ich habe die aber ganze zeit übersehen gehabt aber so ist das leben leute so ist nun einmal das leben ich brauche zeit und ich habe es gar nicht geschaut ob der karte irgendwie in legion oder sogar kommt das soll ich mir vielleicht einmal kurz abchecken sieht soweit ruhig aus sagt jetzt ist stufe jetzt nicht auch noch viel zu krass leute die zu crazy online doch steht das dorf noch wie lange brennt es schon wieder welche stufe haben die ok das können wir das direkt einfach 35 ernst warum wird mir meine stufe angezeigt aber wir sind es kommen wir auf nirgends wo durch neben dem feuer heißt wieso wie solche schaffen leute wie soll man das dann bitte schaffen jetzt überall feuer ist irgendwie durch bin noch nicht bereit ich kann meine mission nicht weitermachen weil ich diesen höhden stützpunkt jetzt hier habe ich versuche uns mal ganz kurz ob wir schaffen ja uns das mal an glaube aber nicht einfach nur geil jetzt muss ich überhaupt einsammeln super ich komme aber nicht durch kommen wir nirgends durch mit mir die daumen leute drückt mir einfach die daumen keine ahnung ob wir schaffen ich denke nicht das ist ein bisschen zu hoch ich bin noch nicht da mann ich habe immer so ein pechner der letzten folge war es ja genauso haben die irgendwie ein bisschen komisch gemacht finde ich ich muss noch etwas war das ist echt verdammt seltsam ja das ist natürlich nicht gut aber doch den kriegen wir eigentlich was war ohne probleme dauernd jetzt nur die frage was erwartet uns jetzt noch wir haben wir unten aufbekommen ja geil super ich bin noch nicht mehr noch so viele bosse ich habe keine geisteskraft ist doch unmöglich mein level geben die mir so eine aufgabe sonst müssen wir erstmal zum anderen punkt ich bekomme noch geisteskraft muss einfach vier bosse besiegen vollkommen übertrieben allein der hier in elite überlegt euch das mal allein der elite ist noch etwas war ich schon zu heftig ich wollte ich mal wieder aushält ich mache gar keinen schaden machen 0,0 schaden sollten wir hierhin aber es macht keinen sinn wie solche ganzen bosse besiegen jetzt mal ernsthaft wenn ich jetzt schon fast alle meine tränke aufgebracht habe unmöglich ich glaube der stützpunkt da ich immer so pechner ich immer so verdammtes pech ansonsten kann ich hier erstmal gar nicht weitermachen ansonsten müsste ich erstmal level was das event nehmen wir uns mal ganz kurz mit das gönnen wir uns mal wir brauchen halt erfahrung wochen unbedingt level ja würde ich da sagen das ist doch viel entspannter ich muss noch etwas warten ist doch viel viel entspannter leute weg mit dem und dann schnell hier drauf war klar dass direkt wieder so einer kommt alles klar ich würde ganz gerne mal wieder tränke haben perfekt wenn man davon redet man muss sich manchmal einfach nur beschweren manchmal muss man sich einfach nur beschweren also schnell weg hier mit dem bro ich muss noch etwas damit der schwester ihr wisst schon was ich meine das ist ein krank den würde ich ganz gerne haben ok ich bin noch nicht bereit so einmal weghauen und schnell rumhauen das ding ich bin noch nicht bereit so jetzt aber schnell bitte ich würde ganz gerne wenigstens die eine mission machen ja ist aber blöd dass ich echt wegen dem stützpunkt da nicht weiter komme hab hier das problem auch das ist echt fies das ist ultra fies aber naja wenigstens haben wir ein paar edelsteine mal bekommen was haben wir so für ausrüstung äh nix besonderes was haben wir denn hier ja schwächs muss gebrüllen ne lassen wir so erstmal bisschen erfahrung weiß auch nicht so viel das wäre schon ganz geil wenn wir bald eine region wieder haben ich brauche zeit um das zu tun die region würde ich bevorzugen oh hör damit und ich brauche mehr zeit wie lange brauchen wir noch ah das ist noch einiges das ist noch einiges an weg was wir haben ich brauche zeit um das zu tun ja ja ich weiß dass du zeit brauchst bro ich weiß es ich hab's verstanden ich hab's verstanden ich hab's verstanden und wir haben noch einen skill punkt ich brauche mehr zeit zeit und geld wie jeder von uns äh was skill ich denn jetzt ach komm im falschen moment natürlich ich brauche mehr zeit aber hier ist bitte kein kürzpunkt oder ne alles klar jetzt haben wir hier ein dungeon oder nur hier drum rum wir müssen glaube ich hier drum rum was einsammeln oder warum die das ich denke nicht oder auch nicht bereit ich würde sagen nein aber wo soll es denn sein im dungeon in der nähe des glockentums ne in den dungeon anscheinend nicht aber wo soll ich jetzt den dinger sagen in der nähe des glockentums aber nicht im rede ist nicht von im glockentum sondern in der nähe wir können ja eigentlich nur die hier die dinger droppen ich bin noch nicht bereit das ist ein bisschen komisch in der markierung das würde ja nicht zusammenfassen ja nur die sein aber ich habe bis jetzt noch keinen einzigen drop bekommen ich finde es ein bisschen seltsam oder wir müssen trotzdem rein ich gehe zwar in der nähe aber hier gibt es ja irgendwie nichts ich gehe jetzt noch mal auf warte mal ja damit oder was nettes bei nicht unbedingt die sind wieder gespawnt ich schaue nichts nochmal hier ansonsten müssen wir einfach mal reingehen ich habe das Gefühl dass wir rein müssen ich sehe ich sehe nichts rumliegen ich sehe oder muss ich irgendwas aktivieren noch fest das kann ich nicht benutzen nö warte mal war hier gerade was hier hat irgendwas aufgeploppt ich glaube nicht warte mal warte mal nee aha ich habe es gefunden ernsthaft ach nee das heißt ich muss hier dann läuft das auch irgendwann mal ab das ist natürlich jetzt fies nicht ansonsten vielleicht auch wenn ich die welt stufe heruntersetze ob das ganze dann vielleicht sich anpasst weil so auf 35 schaffe ich das definitiv nicht ich bin schon viel zu sprach für das ist halt leider ein bisschen fies dass genau an dem ort der stützpunkt ist das war letztes mal ja genau so gewesen ganz genau so nur nicht dass mir der weg komplett versperrt wurde nicht so lange ich in der stadt bin kommen wir mal ganz kurz muss ich leider auf pillow stufe gehen zweifel aber dass sich das ändern wird super das einzige was ich machen kann warten oder mein level erhöhen aber so schnell mehrere level aufsteigen ist nicht möglich mehr schaden bei elite gegnern das würde ich mir ganz gerne einmal gönnen dann würde ich sagen machen wir vielleicht mal in der zeit 3 wesings 30 30 könnte ich vielleicht noch schaffen 26 ein stützpunkt ich glaube warte mal wir können ja ein bisschen hier weitermachen ja ich brauche stützpunkte auch ja trotzdem ich würde sagen nehmen wir uns mal so einen leichten 25 26 haben wir noch schon die besten einfach zu hart 40 was hier für uns ereignis solo ne ich weiß nicht es lohnt es lohnt dahin zu reiten weil letztes mal war ich auch da bei so einem und ja es war auf jeden fall nicht nice religions ereignis ich meine bei denen war ich dann immer solo irgendwie wir schaffen es eh nicht drei minuten den weg ich würde sagen wir nehmen stützpunkt ein nehmen wir diesen stützpunkt ein und hier oben haben wir die ganzen wegpunkte nicht deswegen müssen wir leider hier hin wenn ich das mal so lassen das ist leider echt fies mit dem stützpunkt also das nervt mich grad ultra ihr habt das doch bestimmt auch schon gehabt dass wenn ihr wenn ich das schon zweimal so habe dann habe ich jetzt definitiv auch einmal mindestens gehabt aber wenigstens kommen wir das andere abschließen aber ja ich hätte ganz gerne die story weitergemacht was soll ich das sagen leute ich hätte ganz gerne die story weitergemacht ich muss schnell wenigstens stupe 35 werden dann könnte ich auch die 40er dinger weg machen aber so ist es einfach nur fies da haben wir den stützpunkt näher ah nicht unbedingt ich guck mal eigentlich ob hier noch ein anderer spieler ist dann wird es ja schnell gehen ah wir lassen das ich brauche zeit wir gehen einfach zum stützpunkt so schnell durch hier ganz ruhig her ganz ruhig kollegen so ah diese barrikaden wenn man ich habe Zeit um das zu tun einfach nur nervig ey 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 lass mal mal fertig in Ruhe will nicht runter geworfen werden so und durch danke ich brauche mehr Zeit also gleich müssen wir doch da sein oder ja perfekt wollte sagen alles klar versteinert ich bin noch nicht da naja naja man kann es übertreiben ganz gerne einmal den hier machen und weg mit dem Ding ganz gut ganz ruhig ganz ruhig das gefällt mir doch schon besser guck mal stupe 26 das funktioniert doch noch super da das ist doch noch alles easy mehr oder weniger hier und natürlich spotten schon ganz gut rein ne aber ich bin noch nicht bereit definitiv besser als 35 definitiv besser ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit tränken und alter hält gut aus hält gut aus den brunnen bewaschen jetzt mal auf sagt er was ist auch nur stein alles klar ich bin noch nicht bereit so einmal hier rein mit dem krampf hey 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 ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit das wir sowas von RIP ich bin noch nicht bereit ach ach der ist schon weg der turm, ist mir gar nicht aufgefallen das habe ich gar nicht bemerkt leute ich bin noch nicht bereit einmal weg mit dem dicken ich bin noch nicht bereit und hier auch einmal ich bin auch gerne mit so müssen wir noch ein hier unten alles klar das wollte ich nicht machen heute da geplant aus was aber nicht und schon wieder ich wollte einfach ausweichen wollte einfach nur ausweichen alter ist das für eine tür was ist das bitte schon eine robuste tour tür gewissermaßen meine eine robuste tür tour ich bin noch nicht bereit wer ich bin nennt mich den wanderer Bro ich bin noch nicht bereit alter ey 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 jetzt einmal ganz entspannt hier ganz ruhig hier haut mir gerade ein bisschen zu krass rein einmal ganz ruhig die hauen mir gerade ein bisschen zu krass rein oh oh ich bin nicht bereit okay nochmal n tank das ist sehr gut ich muss noch etwas warten hey kollege so aber nicht ich bin noch nicht bereit ach soll er mir hierher kommen warum hätten einzelner so gut aus so jetzt aber tränke sind voll perfekt so kommen wir hierher machen wir nicht einmal den hier ich bin noch nicht bereit das ist doch mal schön ich bin noch nicht bereit warum hat er einmal so krass reingehauen war nicht lustig ich bin noch nicht bereit ich muss aufpassen dass ein ding nicht drin stehen bleibe so wo ist der kollege ich muss noch etwas wagen ja und auch kaum tränke ich habe kaum noch geisteskraft leider gerade auszusehen eingepunken nicht mal mit absicht ist das nicht gut auch tränke warum ist er so krass warum ist der kollege so passt drauf ich bin noch nicht mehr kann mir das mal nach der mit dem tank raus hier raus hier raus hier das muss noch sehr schön ist man schon sagen der schon ultra nervig ich bin noch nicht bereit soll dann eben auch noch endlich endlich leute ich muss noch etwas warten und er damit aber sagst du schon hey wieder doch haben wir irgendwas cooles bekommen ruhe aus der reduktion okay das ist cool höre ich mir regen okay ich muss auch immer gleich mal schon ob ich irgendwie austausche herzen müsste ich noch haben haben wir eine truhe anscheinend nicht anscheinend nicht einmal lieber den hier so einiges gebrauch durch den ring wird ich erst mal gerne abschicken erst mal reparieren okay ein bisschen aber das haben wir wenigstens eingenommen haben ist ja auch ein wegpunkt aber das ist immer noch da leider immer noch da unten level sind wir aufgestiegen deswegen machen wir einfach mal gegen elite gegner und nicht mehr lange dann haben wir endlich die ulti der ring wieder schon blitz okay wir gehen erst mal eine stadt wo wir eine truhe haben dann wir gehen einfach mal hierhin ein paar oberluste dann können wir mich auch was eintauschen das kommen wir uns zuerst an vielleicht vielleicht ziehen wir was cooles ja jetzt habe ich nur müll gezogen aber wer weiß also auf jeden fall der loot man merkt das ist deutlich weniger guter kram dabei meine schaut mal meine rüstung an nichts besonderes also früher was auf jeden fall wasser gewesen ich hier nicht tun vor der season war es definitiv krasser soja was nehme ich denn ich nehme einfach mal keine ahnung die kathedrale wird euch nicht an schul ja nur müll sagt ja ich sag's ja leute nur müll aber es ist das ach und ich habe kein tank getrunken habe kein trunk getrunken leute aber egal das kann ich hier nicht tun so gehen wir erstmal hier rein und schauen was wir an herzen denn haben gut wir haben sogar einen roten da haben sogar einen roten am start ja kein damit bin gesammelt man sonst wir sagen zersetzen auf jeden fall ersetzen zersetzen die schmiede ist heiß falls etwas bricht auf werden lohnt sich noch nicht würde ich sagen außer ok den regen weil er jetzt eigentlich mein höchster gegenstand ist da können wir ruhig mal zwei punkte reinhauen bitte nicht schaden würde ich mal sagen sind nicht so teuer und drei direkt machen wir einfach mal ansonsten das licht über euch machen passt das so erstmal ansonsten passt das erstmal dann haben wir schon bettel passt irgendwas tatsächlich weil schild können wir nun leider noch nicht benutzen wir keine bild oder irgendwas haben ein rotem wir haben eine zweihandwache auch vom aussehen her aktuell ich bin zufrieden leute ich bin definitiv zufrieden ich glaube das wird erstmal nichts ich denke ich muss erstmal ein bisschen läppeln wenn es euch trotzdem gefallen hat heute bewerten und kommentieren nicht vergessen sonst würde ich sagen bis zur nächsten folge wieder